Kommt nur wieder ne Rückblende. Die BAM! Die entkommt uns nicht! Das klappt auch nur ihr. Darius, hier entlang! Verstanden! Verdammt, wir haben sie verloren! Mann, seid ihr Idioten. Sie können nicht weit gekommen sein! Sucht weiter! Wie meint dieser Kommiston? Tschüss! Ihr Deppen! Hm. Sie sind weg. Fürs Erste sollten wir sicher sein. Mhm. Das lief besser als erwartet. Wünschte, die hätten ihre dummen Gesichter sehen können. Haha, das haben die davon, wenn sie uns wie Kinder behandeln. Wir sind vielleicht kleine Fische, aber wir sind schlauer, als sie es jemals sein werden. Das kannst du laut sagen. Wenn wir uns zusammentun, kann uns keiner aufhalten. Sieh nur, wir haben mächtig Beute gemacht. Ihr seid gerade aus dem Knast ausgebrochen. Was wollt ihr Beute machen? Hm. Ja. Ja. Ein ganz schöner Fang. Hahaha. Hahahaha. Etwas mehr Begeisterung kannst du schon zeigen, Kumpel. Kumpel. Das gehört jetzt alles uns. Der Brüll halt noch lauter, wenn ihr aus dem Knast ausgebrochen seid, oder? Tja. Wir wussten, was wir wollten und haben es uns eigenhändig genommen. Kumpel. Kumpel. Das ist die richtige Einstellung. Uns liegen alle Schätze der Welt zu Füßen. Kumpel. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Kumpel. Wenn du das meinst, Freund. Kumpel. Kumpel. Das tue ich. Kumpel. Kumpel. Wir werden die besten Teeblätter züchten, die die Welt je gesehen hat. Kumpel. Kumpel. Was hat das jetzt damit zu tun? Kann mir das mal einer sagen? Tschüss. Hm. Darius. Palline Zeit für Gefühlsduselein. Ich muss an ein solches Schreiben kommen. Erstmal speichern. Wieso gänne ich mir hier schon wieder ein Wolf ab? A good day to you. Ach so. Na, das hatten wir schon. Bellenaxe. Nee. Dann beklauen wir die Arme mal nicht. Oder, um, Entschuldigung. Wenn du erst mal so lange im Geschäft bist wie ich, wird sich der Rabus-Clan um deinen Besuch reißen. Alles eine Sache der Erfahrung. Ein Glück, dass du keine Erfahrung darin hast, dich in Bescheidenheit zu üben. Ja. Das Empfehlungsschreiben stehlen. Was ist der denn so? Den nehmen wir mit. Ha. Das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. Also, also, wir kommen jetzt hier ganz stylisch, ne? Wir kommen jetzt hier runter. Stolpern, rempeln ihn aus Versehen an. Dann fällt das nämlich gar nicht auf. Empfehlungsschreiben. Erfolgsrate 100%. Ein Brief. Gedacht nur für die wenigen Privilegierten, die sich das Vertrauen des Hauses Rabus verdienen konnten. Ah, das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. Ja, doch, ich glaube, das vermisst er. Damit sollte ich hineinkommen. Er ist auf jeden Fall um Meilen schlauer als die beiden anderen zusammen. Dann werde ich mich mal in das Anwesen schleichen. Was? Ihr seid auf Zusammenarbeit. Er piecht ihr mit mir? Hm. Ziel ist das Haus Rabus. Seid nur still und lauft mir nicht im Weg rum, ja? Ereon hat sich der Gruppe angeschlossen. Zum Haus Rabus gehen. So, ist der jetzt da? Warte mal, bist du hier im Wirtshaus? Ja, er ist da. Was ist denn bleiben eigentlich? Ein Zimmer kostet euch null. So, brauchen wir gerade nicht. Dann bin ich ja mit gespannt. Na wo? Das ist wieder allein. Da vorne sind zwei Wachen. Wenn ich sie täuschen kann, bin ich drin. Zeit, den Händler zu geben. Verzeihung, meine Herren. Ich möchte die Familie Rabus treffen. Würdet ihr bitte meine Ankunft melden? Nein, heute empfangen sie niemanden, also geh nach Hause. Das ist wohl kaum eine angemessene Art, einen Gast zu begrüßen. Vielleicht sollte ich es noch einmal anders versuchen. Erlaubt mir bitte, mich vorzustellen. Ich bin ein bescheidener Händler. Du? Ein Händler? Dass ich nicht lache. Man sollte niemanden nach seinem Äußeren beurteilen. Tatsächlich war es sogar die Familie Rabus, die mich herbestellt hat. Und ich bezweifle, dass eure Dienste länger benötigt werden, wenn sie hören, dass ich abgewiesen wurde. Bestellt? Du? Glaubst du wirklich, dass wir dir diesen Quatsch abnehmen? Wenn wir nur ein Blatt für jeden Dip bekommen würden, der uns ein Märchen auftischt, wären wir ebenso reich wie die Familie Rabus. Ach, bei euch kann man mit Blättern bezahlen? Ey, warte mal bis zum Herbst, ne? Dann liegt da draußen ganz viel. Dann bin ich auch reich. Da das aber nicht der Fall ist, sind wir hier, um ihre Reichtümer vor Schwindlern wie dir zu schützen. Es ist auch sehr klug, in jedem dritten, vierten Satz das Wort Reichtümer zu benutzen als Wache. Wie bescheuert muss man eigentlich sein? Ich habe die Vermutung... Ja, das ist nur ein Gerücht, da drin ist gar nichts. Ja, und das ist einfach nur, dass die Reihenweise die Diebe ein Kaus knasten können. Du hast wohl gedacht, du könntest uns an der Nase herumführen, was? Wenn du das nächste Mal bestellt wirst, solltest du an dein Schreiben denken. Ach, richtig, ihr meint dieses Schreiben. Was denn? Wie bist du denn da rangekommen? Das muss eine Fälschung sein. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wenn ihr noch immer nicht überzeugt seid, kann ich wohl nicht mehr viel tun. Ich werde jetzt gehen, aber ich werde die Familie Ravos darüber informieren, was dir vorgefallen ist. Ich bin gespannt, wie sie auf diese Schädigung meines Rufes reagieren werden. Wartet her, wir tun hier doch nur unsere Arbeit. Ja. Nö. Ihr dürft herein. Vielen Dank, meine Herren. Geht doch. Kili-Kila. Wartenbank schon fertig verschoben. Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Ich schleiche mich einfach durch dieses Fenster. Hinein. Ist doch beinahe Wörtel übersehen. Ach, die Dienste sind noch nicht einmal gestartet. Was? Wir fahren Stufe 1. Erstmal speichern. Auf jeden Fall. Heller ist die Höhle. Auf jeden Fall. So, der hat... Liebfertigkeiten stehlen. Stiehlt Objekt von einem einzelnen Gegner. Also, zu zweit ist das irgendwie einfach. Okay, die Leveln unterschiedlich. Okay. Die Leveln unterschiedlich. Genau, was ich jetzt schauen wollte, war Fertigkeiten. 130. Okay. Also, das ist wirklich für jeden separat. Dann können wir hier... Bleibt eine Gegner mit der Axt an. Je niedriger eure Gesundheit... Belebt einen kampfunfähigen Verbündeten wieder. Hab das Gefühl, die Gegner skalieren etwas mit, meinst du? Ja, aber wäre ja nicht mal blöd, ne? Amputation, schweren Schaden mit einer Axt zu. Ich würde tatsächlich hier Belieben nehmen. Hilfsfertigkeiten erlernen. Ihr könnt nun Hilfsfertigkeiten aus dem Fertigkeitenmenü auswählen. Wählt Fertigkeiten und dann Hilfsfertigkeit ausrüsten. Hier könnt ihr auswählen, welche Hilfsfertigkeiten ihr ausrüsten wollt. Warum versucht ihr es nicht einmal? Den Endboss magst du ja so auf etwa Level 3. Beim Endboss war ich gerade Level 8 und Level 3. Trotzdem war das echt hart. Nur mit dem Level 3er wäre das nie was geworden. Es ist tatsächlich... Ich war unten in der Demo mit Prem Rose. Und... Boah, Alter, was ich mit dem Ding, was ich da gekämpft habe. Mit dem Endboss da aus Kapitel 1. Ey, abartig, ey, was der ausgehalten hat. Warum versucht ihr es nicht einmal? Gut, probieren wir mal. Hilfsfertigkeiten. Hilfsfertigkeiten. Rüstet euch mit Hilfsfertigkeiten aus, um im Kampf einen Vorteil zu haben. Er lernt Fertigkeiten, um zusätzliche Hilfsfertigkeiten freizuschalten. Vergesst nicht Hilfsfertigkeiten ausrüsten. Wir können bis zu 4 Hilfsfertigkeiten gleichzeitig ausrüsten. Inspiration. Erhaltet FP in Höhe von 1% des Schadens, den ihr mit jedem erfolgreichen Standardangriff zufügt. Der ist gut. Der gefällt mir. Keine meiner Pötte mehr. Oder FP, wie es hier heißt. Ey, das bewegt sich hier ja. Da ist ein Schiff und ein Ungeheuer. Da oben ist auch ein Schiff. Gefällt mir jetzt erst auf. Nein, wir müssen da rüber, aber ich bin neugierig. Ich muss hier gucken. Da ist nix. Echt jetzt? Ich komm da. Dann wieder. Was ist das? Ich habe mit der Schlange jetzt mindestens genauso lange gekämpft, wie mit dem Endboss aus dem Haus, wo du gerade bist. Und ich hatte da einen zweiten Char auf Level 8 dabei. Ich würde sagen, es wird mit skaliert. Ich weiß gar nicht, was meiner ist, aber so auch um den Dreh rum. Okay, der Dolch bringt da mal nix. Mein Turn. Ah, Schwertart. Perion hat ein Update. Ein Update. Ein Level Up. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass die mit skalieren. Mal doch da hoch gehen und gucken. Was haben wir hier? Was ist denn das? Mein Turn. Eis-Sentinel. 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 Einen dummes Fisch. Ah, das beißt denn aus. Ah, seht da. Hätten wir voll vergeigt. Eine Heiltraube. Ah, wie wichtig. Ich hätte ohne nicht leben können. Ach, scheiße. Ich habe vergessen, umzuschalten. Shit. Ey, 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 ey. Aua. Geht doch nicht immer auf ihn. Nehm doch den Großen, nicht den Kleinen. Ah, 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 ah. Ey, ich soll's halt mal gucken. Hier, immer nur drücken. Ja, immer auf den Kleinen. Boah, ich bin mal nicht so. Er muss ja auch zeigen, dass er, dass er, äh, Supporter ist, ne. Du gibst erst mal Ruhe. Ey, dann bin ich ja mal gespannt, wie, wie einfach nachher der, äh, irgendwann bei Primrose ist. So. Wobei ich mal vermuten würde, der ist genauso, äh, genauso ein Sack wie beim ersten Mal, wenn er mit skaliert wird. So schnell überall vorbeilaufen. Speichern wir noch mal. Boah, ich werde das Spiel so tot zucken, ey. Oh. Echt jetzt? Unser Ende? Nö. Null Schaden. Dumb, 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 dumb. Unversehrt, plus zwei. Geld, bruch, plus ein Erfahrung. Untherion hat 30, also der erste kostet 30, 24 hat er jetzt. 69,24. Merken wir uns das mal, Kelly, bitte? 69,24. Ich versuche es mir auch zu merken, ich habe es wahrscheinlich in zwei Minuten vergessen. So wie ich mein Siebchen kenne. 69,24, genau. Ich wollte doch nur... Okay. Uff, Maul. Au. Au. Uff, Maul. Jetzt schlafen wir erst mal. So, das nächste Mal, die, die, wir, wir. Das finde ich jetzt doof, dann kriegen wir aufs Maul. Hat nischt gereicht. Au. Wie so hat denn die Auge? Wie so hat er denn die Auge? So, reicht doch. Try again. 69,24, okay. Die LBP bekommen dann alle Charaktere dazu. Das ist schon mal gut. Ich will ja auch so ein bisschen hinter die, wie funktioniert es kommen, ne? Anregende Pflaume. Anregende Pflaume. Ist auch so ne Pflaume. So, hier haben wir nix mehr. Doch, hier haben wir den Gegner. Komm, das ist hier der Kleine. Beliebt einen kampfunfähigen... Ah, können wir gar nicht, weil keiner tot ist. Okay. Nein, den da wollte ich. Bist du auf Eis? Nö. Hätte er sein können, muss man ja mal testen. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er beim anderen schon fällt. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Keine erhaltenen Objekte. Echt ein bisschen überbelichtet, hä? So, gehen wir nochmal speichern, bevor wir da hochgehen. Stufe 8, Elvin. Ich denke aber, die Reihenfolge kann ich da tatsächlich auch ändern. Ah, nö. Was? Schwäche? Äh, der hat nix ausgelobt. Das ist, ob er da blumse macht. Hab ich gar nicht geguckt, wie viel brauchen wir eigentlich für den nächsten? Da drüben war ich schon, naja. Really? Ich da auch ein Nudel. Ha, gut. Okay, du kannst die aber schnell nachziehen, also. Macht ja auch Sinn. Hier haben wir nix. Nö, hier haben wir nix. Schade. Oh, Meno, da hinten ist ne Kiste. Ich wollte doch nur ne Kiste haben. Aber gibt EP. Beschweren wir uns nicht. Nice one. So, da gleich wieder Level up. Und wieder nix kriegt. Aber wir haben gleich Kiste. 800. So groß ist der Schatz jetzt aber nicht, also ne. Ne Stadt kriegt man dafür nicht. So, wir müssen da nach rechts. Hier. Ist keine Kiste. Oh, dann hau mal ein Bett an. Jawoll. Trenkaufstieg. Und ich muss ja ehrlich gestehen, beim ersten Mal privat, also ich glaube, seinerzeit die Demo gespielt hab. Ich hab null geblickt. Ohne Witz. Dacht man hier so, hä? Aber mittlerweile muss ich echt sagen, ey, das macht mega Laune. Ich hier. Kelly ist im Sound ein Echo drin. Hey, hier ist gemutet. Oh, The Bridge gibt's heut, für alle die Prime-Member haben, äh, sind. Ich hoffe, du holst immer fleißig deine Spiele ab, Kelly. Okay, skaliert auf jeden Fall mit, zum Anfang auf der Weltkarte, stand bei allen, was? Empfohlene Stufe 5, jetzt steht schon Empfohlene Stufe 7. Ohne Witz. So, hier haben wir auch nix. Hier haben wir nix. Da haben wir was. Windkracht einmal. So, wir haben nix weg. Und nun aufpassen. Du haust da drauf. Hat nicht gereicht. So, das kriegen wir aufs Maul. Au, ey, die haben au eh. Jawohl. Nice one. Ha, try again. Äh, so. So, ist nix. So, von welcher Richtung bin ich jetzt gekommen? Richtige Richtung. Hier hoch. Na, wer steht hier rum? Echt, jetzt wird zwei in einer? Das ist ja schon fast Masochismus. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber wir haben nicht angefangen. Oh, Elfin hat ein Update, ja. Also, da hier drin ist heute nicht wirklich fit. Ein Update. Nein, eben nicht ein Update. Oh, Mann. Äh, Level Up, so heißt das. Was ist da drin? Wie ist der? Wie ist der? Ah. Hier können wir wieder raus. Und hier ist der Kist. Echt wird's. Let's see what you got. Okay, hier brauchen wir. Doch, er kann nicht bauen. Bei ihm müssen wir umschalten. Und ein FP hab ich gekriegt. Habt ihr gesehen? Und? Keine Objekte. So, jetzt krieg ich aber das hier. Eine Heiltraube. Okay, jetzt müssen wir hier runter oder hoch. Guck ich vorher hier. Oh, mal da drauf. Oh. Ah, das hat nicht reif. Scheiße. Aber nu. immer noch net. Ey, nur zauber. Genau, und das ist das. Ah, sieh einer an. Äh, Kischle. Geliebende Nuss. Okay. Okay, das ist ein anderer. Out of my way. Auch net. Gut, bei ihm können wir nicht wechseln. So, Apotheker. Eis zapfen. Jawohl. Okay, das war aber auch nicht. So, hier haben wir alles. Dann können wir jetzt hier runter. Ich finde es ja lustig, dass hier ein Krämer ist. Sag mal, hast du auch so ein Schreiben dabei? Ach, das zählt für alle. Okay, das kann dann jeder mitnehmen. Äh, einsetzen. Okay. Okay. Ich finde es ja lustig, das ist 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 ja lust